Musik Dieses Jahr auf der Südberg 2017 präsentieren wir unsere Selecta Modular. Die Selecta Modular ist eine multifunktionelle Anlage, die absolut geeignet für die meisten mittleren Betriebe ist. Wir starten bei einer Anlagenleistung von 4.500 Stück pro Stunde, runde Brötchen in fünfreicher Ausführung bei einer Gärzeit von 12 Minuten. Die Anlage ist in der Lage, runde Brötchen zu produzieren, runde, gestüpfelte Brötchen, langgerollte Brötchen, langgerollt geschnitten. Auch langgerollte Brötchen in unterschiedliche Reihenzahlen mit Gewichtsbereichen von 30 Gramm bis 90 Gramm Teiggewicht. Die Anlage stellt sich automatisch auf die jeweiligen Programme ein. Der Bediener braucht nur minimale Einstellungen zu machen, Mehlstreuer, Übergaben von den Bändern. Die Stüpfler können wir hier ganz einfach über einen Stanzkopf drehen und den richtigen Stüpfle hier anwählen. Die Schneidestation, Stüpfelstation wählt sich automatisch selbst an. Wir haben bewusst ein langes Becherwerk, um lange Produktionszeiten, lange Standzeiten zu gewährleisten, indem auch die Trögel wieder rechtzeitig trocknen. Es sind ausreichend gebläse in den Maschinen, die für Trocknung sorgen, zusätzlich auch Befeuchtung, Klimatisierung. Hier vorne ist ein Druckbrett zum Langrollen der Teigstücke. Das Druckbrett ist ganz einfach herausnehmbar zur Reinigung oder auch in unterschiedlichen Ausführungen. Hier haben wir ein seitliches Austrageband, das wir hochklappen können, in der Höhe auf die jeweiligen Zuführmaschinen, Wickelmaschinen einstellen können. Und wir haben hier eine Lichtschranke, mit der wir die Produkte taktgenau, zeitgenau in die Wickelmaschine stellen können. Also kein freier Fall von oben runter in die Maschine, sondern eine ganz saubere, kontrollierte Ausgabe. Hier vorne bei der Eingabe haben wir die bewährte Multimatik, hier in der Ausführung Multimatik S. S bedeutet verstärkte Ausführung für lange Standzeiten. Die Maschine bieten wir als Zweischichtmaschine an. Jetzt ganz neu auf der Messe unseren Portionierer, ein ganz neuer Teigportionierer, der bei uns im Haus WP vorgestellt wird. Der Portionierer ist ganz einfach zur Reinigung nach hinten wegfahrbar. Der Deckel kann mit wenigen Handgriffen abgenommen werden, um innen drinnen zu reinigen und die Zugänglichkeit zu haben. Die Multimatik hat ein bewährtes Trommelworker-Prinzip. Trommelworker bedeutet, dass die Teigstücke schonend gewirkt werden, so wie man das von Hand macht. Die Teiglinge sind lange Zeit im Wirker, arbeiten mit einer langsamen Geschwindigkeit, werden dann übergeben und in die Anlage eingegeben. Die Steuerung an der Anlage ist einfach, grafisch dargestellt. Je nach Konfiguration der Anlage sind die verschiedenen Module angezeigt. Selbstverständlich in den verschiedenen Sprachen. Und ganz einfach, anwählbar von einem Programm. Und schon bewegt sich alles selber. Wenn wir zum Beispiel Kaisertrötchen anwählen, geht das Druckbrett automatisch hoch. Die Zentrierungen stellen sich an und die Anlage ist so eingestellt, dass sie entweder in das lange oder in das runde Becherwerk reingeht. Sehr gute Anlage, sehr bewährt, sehr robust, ausgelegt auf lange Standzeiten. Und wir verkaufen die Anlage im internationalen Bereich. Sehr zuverlässige Maschine, die sich sehr, sehr bewährt hat, auch im internationalen Markt. Und selbstverständlich natürlich auch für die deutschen Bäcker, die hiermit eigentlich das ganze Kopp-Product-Sediment wunderbar machen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017